Ja, die Großglockner Hochalpenstraßen ist im Sommer eine super Motorradlstrecke und jetzt im Winter eine super Skistrecke. Also wirklich ein Traum, mit dem Panorama hinten der rote Knopf. Wir sind unterwegs, es ist unten im Tal der Nebel, unglaublich rot, gescheite Sonne. Schöner geht's jetzt, macht echt Spaß. Ja, da sind die Schierturengeher, gehen rauf und wir fahren da weiter die Glocknerstraßen. Wie gesagt, im Sommer mit dem Auto oder mit dem Auto und im Winter jetzt. Es geht sensationell. Wir könnten ein in die Größen jetzt am Talende der rote Knopf. Wir kommen jetzt daher schon zum Ballackhaus. Da haben wir eine super Terrasse, die Spaziergänger. Hallo! Ja, da sind wir in der Terrasse, wo wir da so ein bisschen mal aufreißen. Und da geht's weiter. Abwe, bis daheim. Da ist mir jetzt eine rote Fläche, ich hab's gekächt, schau da einfach. Ja. Ja. Ich drehte euch noch auf einen guten Zeitraum. Ich hoffe, dass es falsch schneit. Und macht es gut. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.